Es kann auch sein, dass ich die Truhe nur bei der Genie öffnet. Oder ich bekomme noch ein Item. Gehen wir mal zu ihm. Hallo. Die legendäre Königin, klar kenn ich die, jeder kennt die hier. Suchst du immer noch die Mundkugel? Hast du eine Unterwasserschaftkammer gesucht? Ja, aber da komme ich doch nicht hin. Ach, guck einen an. Paradiesfrucht ist hier. Ist die Mundkugel tatsächlich dort? Oh. 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 Ich bin gerade voll am überlegen. Soll ich nochmal zurück gehen? Gucken, weil ich jetzt Make-Up habe? Oder muss ich erstmal 100% erreichen? Ich habe das Gefühl, dass die Mundkugel da drin ist. Ach komm. Wir werden jetzt die 100% erreichen. Und dann mal schauen. Also eins weiß ich, King und Wilder müssen in der Nähe sein. Und King möchte eine Straße haben. Soviel weiß ich gerade. Wo packen wir den denn da hin? Packen wir den doch einfach mal hier hin. Bauen. Rosty lachen. Äh. Kings Versteck. So. Hier hinten. Dann Sheriff's Büro. Das sieht trotzdem so komisch aus. Wollen wir direkt daneben? Oh. 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 Okay. Dann bauen wir am besten ne Straße. Keine Ahnung. Ich kann das also nicht dran bauen. Oh ich habe immer so einen Kreis hier, man kann ja immer einen Kreis fahren. So, da gucken wir mal, wie sieht die Wünsche Liste jetzt aus. Analyse 19, ich will mal kurz zu King gucken, ob das ok ist oder ob ich da noch was machen muss. Weil er sagte ja irgendwie nicht auf die Straße oder bla 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 so, King, äh, ein Wagen geht es bestens, ok, das heißt das reicht schon, wie es aussieht, das reicht schon, gut, dann machen wir wahrscheinlich mit den ganzen Lernen weiter. Nein, immer falsche Knöpfe, Mann, kann man noch einen Baum hier hinsetzen oder so, ne so, achso, nein, eine Straße kommt da hin, machen wir das auch, hehehe. Äh, 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 entfernen. Vielleicht brauchen wir noch Bäume. So, der schiefe Turm. Ich würde sagen, den packen wir hier drüben hin. Vielleicht ist der jetzt auch auf, vielleicht ist der jetzt auch auf. Nein. So, daneben die Kathedrale. Kathedrale. Oder war das davor? Ich glaube daneben reicht aus. So, Analyse. 30%, 30%. So, Joker wissen wir noch nicht. Jack, gerade auch nicht. Der Fischhändler, Rusty, kommt hier hin. Dann, okay, warte, warte. Da ist doch der Fischhändler. Äh, mal überlegen, ich wollte jetzt an der Stelle, wo man am Hafen vielleicht aus transportieren kann. Bist du nicht? Bist du nicht? Okay. Ah, jetzt. Einfach drehen. Einfach nur drehen. So, 39. So, Aufrichtungs... Aufrichtungswäsche? Warum Wäsche? Stellen wir jetzt erstmal hier hin. Wo willst du hin? Äh, mal überlegen. Es wäre wunderbar neben einem Springbrunnen sein zu können. Okay, Springbrunnen haben wir. Und immer wieder falsche Taste. Die Springbrunnen machen wir ja hier drüben hin. Stellen wir sie... hier hin. Dann... Dann... den Brunnen... den Brunnen... stellen wir... hier hin. Reicht das aus? Reicht das aus? Reicht das aus? Oder muss ich... genauer? Was ist das denn? Besonders der Springbrunnen ist nachts romantisch. Was zur Hülle war das? Ähm... Programmierfehler. Es ist ein Programmierfehler. Okay... Das sah jetzt schon widerlich aus. Ist das jetzt immer so bei ihr? Nein, hier nicht. Und das ist CD, ne? Also es ist kein... kein... Kennst du die Kürbisflasche? Äh... Na, warte rein. Ja... Das scheint wohl so ein Programmierfehler zu sein. Äh... Besonders... der Springbrunnen ist nachts romantisch. Könnte mich... mitschwingen und treffen. Wann... Ne... Irgendwas stimmt da nicht. Okay. Ich... 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 Ich lass es mal. Das ist CD, ne? Außerdem. Nochmal zur Info. Mann! Okay. Machen wir weiter. Lassen wir uns davon nicht abschrecken. Ähm... Der Obsthändler. Ich denke mal. Der muss bestimmt auch irgendwo in der Nähe sein. Äh... Was... Mein Joke... Äh... Sohn Jake angeht. Fällt mir ein, dass er immer bei Meister King ist. Ich mache mir Sorgen um ihn. Wenn das möglich ist, sollte man Haus... Neben dem... von Meister King sein. Dann... habe ich ein Auge auf ihn. Beruhigt. Okay. Das heißt... Du willst... neben King stehen. Mhm... Einen, der ich passt wo da noch hin. Ist das kacke hier jetzt. Ist hier ziemlich breit. Das ist ziemlich breit, ne? Schauen wir mal den Baum weg. Äh... Okay. Okay, okay, okay. Wir haben es gleich. Warum kann ich den da... weg? Sie ist glaube ich im Weg. So. Dahin. Von daher kann ich nicht. Äh... Und... Sie. Dahin. So. Dann machen wir nochmal eine neue Straße. Am besten so. 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 Kann man hier... lassen. Das passt da nicht mehr hin. So. Keine Ahnung. Hier hinten rum. Ich habe da auch... keine Ahnung. Bauen wir irgendwie hin. Fährt hier aus. Sollte passen. Dass ich das nicht mehr andocken kann. Das finde ich schade. Aber lieber jetzt... Hier... Hier passt genau noch eine hin. Okay. Wir waren bei 39%. Und sind jetzt bei 60%. Gut. Dann... Dann... fehlt uns noch... Basker... Jajas... Joker... und Jack. So. Jack... Ich habe da oben noch... eine Truhe gesehen. Hexen-Parfait. Jawoll. Äh... Steigert... Ihre... Verteidigung. Sehr nice. So. Wo willst du hin? Oder was willst du? Spezielles. Bombe? Käse? Ne? Hier vielleicht noch irgendwo was? Mählenbrecher. Sehr nice. Oh... Feuer. So. Hast du Ideen? Mal überlegen. Na ja. Wenn du das sagst. Ich denke... Es wäre gut, wenn ich... äh... nahe... den... am Wasser... Laden sein könnte. Du weißt ja. Ich brauche irgendwie alle. Okay. Wasserladen. Wasserladen. Stimmt. Simu will... Er will nehmen Sutsi. Bin ich ja gerade mal... nicht ganz verkehrt. Hier. So. Ich glaube, das reicht vollkommen aus, oder? Wenn wir jetzt eine Analyse gucken. 69. Passt. So. Dann... Nehmen wir mal Joker. War da oben auch noch was? Gerade weil er jetzt auf hat... kann er oben wieder eine Truhe aufgetaubt sein. Jawoll. Ein Stein. Das war's. Ein Stein. Okay. Wo willst du hin? Hast du Ideen? Ich bin erleichtert, dass ich diesen blöden Wilder nicht mehr sehen muss. Gut. Da habe ich schon seinen Wunsch erfüllt. Der kann hier stehen bleiben. Müsste doch... Ja. Zehn Prozent hat er mir gegeben. Perfekt. So. Ja, ja. Was ist mit dir? Ich muss gerade mal gucken. Wo ist noch ein bisschen Platz? Hier ist noch jede Menge Platz. Ah, komm. Ist okay. Abenteuer. Tag 31. Abend. Und... Da bin ich gespannt, wenn ich jetzt 100% habe, was passiert. Ist hier noch was dran? Dann... Vielleicht muss ich zur Vase gehen. So, hast du Ideen. Oh, in letzter Zeit hatte ich immer recht. Ich glaube, das liegt an der weißen Schlange. Hä? Ach, da unten steckt dran. Hä? Sie hat keinen speziellen Wunsch? Verstehe ich das richtig? Nur die Schlange drauf zu setzen? Gucken wir mal in eine Analyse. Ja. Reicht aus. So. Jetzt wird noch ein Basket. Fangen wir mal... So hin. Was ist mit dir? Bist du die letzten 11%? Hast du Ideen? Hm, tja. Ich habe keine besonderen Wünsche. Aber man sagt, dass Läden, die noch liegen, besser laufen. Ich denke, das wäre es. Was? Was? Man sagt, dass Läden, die noch liegen, besser laufen. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht! Passiert irgendwas? Nein. Was hat das zu bedeuten? Analyse. Läden? Läden? Die liegen? Ich stelle den einfach neben dem Joker. Wie wäre es damit? Wie wäre es denn damit? Den noch ein bisschen darüber. Man sieht es... Obwohl, ich kann den ja auch hier hinstellen. Wie gesagt, habe ich gerade vollkommen keine Ahnung. Äh, das war es eigentlich auch schon, oder? Mehr habe ich nicht zu bauen. Oder hinzusetzen. Nur noch. Ja. Äh, toll. Wie kriege ich jetzt die letzten Prozente? Möse. Muss ich verschiedene Läden da drin haben? Muss ich alle Flachläden drin haben? Das heißt, ich packe die beiden doch mal hier rein, alle Flachläden. Beideutelig passt du da hin, weißt du, aber nein, will nicht, so, du hast da hin, dann ist hier ein bisschen wenig, aber naja, egal, ich habe sonst keine Ahnung, was diese 11% sind, ich verstehe ihn nicht, tut mir leid, aber ich verstehe ihn einfach nicht, was will er, ist das der Aufbauungsöffnet, ach, sieht einer an, du bist die Bank hier, hm, tja, ich habe keine besonderen Wünsche, aber man sagt, dass Läden, die hoch, ach, die hochliegen besser laufen, ich denke, das wäre es, die hochliegen, aber welche Ebene ist denn hier hoch, das muss ich, ich glaube, hier oben, ah, alles klar, ich verstehe, ich verstehe, du musst hier hin, ja, und das müsste es wohl sein, 100%, oh, ich bin zu dumm zu lesen, wisst ihr, hochlegen, so, jetzt kann ich noch ein bisschen Bäumchen draufsetzen, überall, hier, 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 hier herrlich oder